Das ist einfach nichts, wenn man ohne Lichtvelo fährt. Hier kommt einer, der hat immerhin Licht, kein gutes, aber besser als gar nichts. So ist es doch perfekt. Der hat gutes Licht, vorne und hinten. Der sieht man und der sieht ganz bestimmt auch selber etwas. Bis zum nächsten Mal.